Unser nächster Redner ist der Bundestagskandidat der Piraten, Jan Kastner. Er vertritt heute Benni Pirck, der leider aufgrund akuter Krankheit heute nicht hier sein kann. Jan. Also ihr entschuldigt mich ein bisschen, wenn es ein bisschen stoppend ist. Ich glaube, seit einer dreiviertel Stunde weiß ich, dass ich heute reden muss. Stellt euch vor, ihr lebt in einer Welt, wo versucht wird, jeder eurer Schritte zu überwachen. Um euch nur zu schützen. Wo Politiker nicht nur für euch, sondern besonders gegen die Bevölkerung arbeitet, weil sie sich für die Größten halten. Eine Welt, die nach vielen Regeln läuft, nur nicht nach denen eines demokratischen Rechtsstaates. Stellt euch vor, ihr lebt in so einer Welt und niemand regt sich auf. Schrecklich, oder? Aber von der Realität gar nicht so weit entfernt. Wir, wir haben eine Bundeskanzlerin und einen Innenminister, die ganz offiziell auf unsere Grundrechte scheißen. Wir haben Geheimdienste im In- und Ausland, die uns überwachen, wo sie nur können. Wir haben Politiker, Minister und Regierungen, die uns von vorne bis hinten belügen. Und den einen, der in einen Menschen, der uns die Wahrheit sagt, der wird gejagt und niemand möchte ihn schützen. Und was passiert? Ein paar Zeitungen diskutieren, ob Snowden jetzt ein Held ist oder nicht. In Deutschland fordern sogar noch immer noch Politiker die Vorratsdatenspeicherung. Die Union nennt sie jetzt nur plötzlich anders. Und wie viele sind wir? Ich bin sehr stolz, dass wir 150, 200 Leute hier sind. Aber auf ganz Regensburg sind wir doch einfach nur ein paar wenige. Und auf dieser ganzen Welt stehen nur ein paar Tausende auf, gegen diesen wahr gewordenen Überwachungsalbtraum. Und das dürfen wir uns verdammt noch mal nicht gefallen lassen. Wir müssen wütend werden. Nein, wir empfehlen noch mehr. Wir müssen radikal werden. Wir wollen diesen Überwachungsinstrumente, diese Geheimdienste und diese Regierung nicht nur infrage stellen, sondern abschaffen. Werdet laut, werdet ungemütlich, werdet radikal. Und damit meine ich euch alle. Ihr, die eh jeden Scheiß in Frage stellt und anprangert. Aber auch ihr, der in Politik nicht mal einen feuchten Dreck interessiert. Egal ob progressiv oder konservativ. Egal ob schwarz, gelb, rot, grün, orange oder lila, blassbrauch. Nur das braune Pack kann daheim bleiben. Politik bedeutet, nicht nur tatenlos rumzustehen und zuzuschauen. Politik bedeutet, für seine Rechte zu kämpfen. Politik bedeutet auch, dass eine Gesellschaft diskutiert, in welcher Welt sie leben möchte. Und also frage ich euch. Wollt ihr das wirklich in einer Welt leben, wo ihr ständig überlegen müsst, ob ihr nicht gerade das Falsche tut? Und nicht aus Versehen ins Visier der Geheimdienste kommt? In so einer Welt müssen und mussten schon viel zu viele Leute leben. Und fragt sie. Das ist kein schönes, kein freies Leben. Also lasst eure Drucker qualmen. Verteilt Flugblätter in jedem Briefkasten mindestens ein. Lasst die sozialen Netzwerke glühen und jede Filterbarbe aufplatzen. Sprecht, diskutiert und klärt auf. Demonstriert, macht geile Aktionen. Dokumentiert sie und verbreitet sie. Lasst die Politiker, Beamten und Bürokraten dieser Welt wissen, für wen sie arbeiten. Nämlich für uns. Lasst uns aufstehen und ein System zu Fall bringen, das nichts anderes macht, es in uns sieht, als gefährliche Terroristen. Ein Staat, der überwacht, hat etwas zu verbergen. Also aufdecken, aufmischen und ändern. Dankeschön. Vielen Dank.